Der GEFRO-Kochtipp Schweinemedaillons richtig zubereiten. Mit GEFRO Kartoffeln vierteln und mit Rosmarin, GEFRO-Omega-3-Speiseöl und GEFRO-Kräuterwürze im Ofen garen. Pilze klein schneiden und anbraten. Nun die Medaillons anbraten. Mit GEFRO-Fleischwürze würzen und beiseite stellen. Pfanne mit Wasser ablöschen. GEFRO-Edelpilz-Cremesuppe einrühren und mit Sahne aufkochen. Filets und Pilze darin ziehen lassen. GEFRO wünscht guten Appetit. Das war der Kochtipp mit GEFRO. Feine Suppen, Soßen und Würzen aus Memmingen im Allgäu.